Die Handbewegung, die wir vorhin gesehen haben, hat sich durchgelegt, aber jetzt ist ein Thema der Versuch der Nachkriegung des Entwerfungssystems ein. Die Süden-Sürde, die werden zu stark, die müssen ja eigentlich einen Ausfall betrachten. Da kann man schon in Situationen kommen, dass es uns nicht mehr davon verhalten wird. Aber in dem Bereich, wo es auch in Deutschland kam, ist es schon eine gute Anzeigung nachgelegt. Das ist natürlich auch für das Leben, wo man das verkündet. Wir hätten eigentlich nicht gedacht, dass es noch nie dauert. Und das ist noch ein Regier, das ist ein bisschen ein bisschen.